18 vom feinsten Po, man könnte meinen dieser Zusammenstoß eben könnte unsere drei Abtrünnigen aufgeweckt haben, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Jetzt in der Erleichterung merken sie erstmals wie müde sie tatsächlich sind. Selbst Bart Garapetsch-Abo dreht sich zur Seite, und gähnt kurz in ihre Hand. Ein sicheres Zeichen wie schlimm es um sie bestellt ist. Andra bemerkt es. Sie nickt, und meint kommt mit hoch in unser Gästezimmer. Drei müde Spione folgen er. Valentin denkt derweilangestrengt über etwas nach. Dann murmelt er geheimnisvoll, mir ist da grad was eingefallen. Was er wohl damit meint. Schwupp. Schon verschwindet er in seiner Bastelstube. Bart ist somit alleiniger Besitzer des Ladens. Am nächsten Morgen Lagebesprechung. Wie geht es weiter? Hinleis zu Hause fällt weg, ist längst von Jurewitsch in Beschlag. Aber es gibt da doch noch Hinleifeld etwas ein. Bart Cara, hast du nach die Nummer von unserem alten Hausmeister? Das letzte was ich gehört habe ist, dass er etwas außerhalb der Stadt in einer alten Werkstatt hausen soll? Wer Bart Cara genauer kennt weiß jetzt schon ihre Antwort. Die kluge Diplomatin hat ein nahezu fotografisches Gedächtnis, und speichert jedes noch so kleine Ereignis ab. Sie beblinzelt ihren Komm-Hier-Hin-Lai. Wenn sie noch gilt ist sechs Jahre alt, die Nummer. Ich glaube kaum, dass du die über das neue 1103-Netz bekommst. Tatsächlich, selbst wenn die Nummer noch stimmen sollte, so fehlt der geheime Software-Decoder auf dem Zielgerät. Es gibt nur eine Möglichkeit Andras Firmen kommen. Linese Sports muss also diesen Anruf tätigen. Hoffentlich, wahrscheinlich, überlebt der Laden dies. Wird tatsächlich jedes Gespräch eines alten Rentners überwacht? Swinor flitzt los. Kurz darauf hat dann Hin-Lai seinen ehemaligen Hausmeister am Apparat. Er muss ganz schön brüllen. Willens Ohren tun es seinen Augen gleich. Zeit zum Aufbruch. Schon wieder. Das Leben im oppositionellen Untergrund ist rasant. Diesmal ist die Strecke jedoch zu weit zum Hüpfen. Anders als damals fliegt sie diesmal Andra rüber. Dies bedeutet einen enormen logistischen Aufwand. Valentin stellt das Navi ein. Zum ersten Mal fliegt Andra eine andere Strecke als rauf zum Ringbeschleuniger. Doch Valentin hat noch eine andere Überraschung auf Lager aufgepasst. Ihr drei beginnt er. Ich habe gestern eine kleine Idee gehabt. Swinor macht große Augen. Ich habe für eure brandneuen Kletterkartoss ein paar aufmontierbare Joos entwickelt. Er streckt drei neue supernale Sprungfedern in die Höhe. Die werden einfach geklipst. Tatsächlich. Sofort rasten sie unverrückbar felsenfest, genau in der Mitte unter dem Quadroschewerk ein. Der Erfinder fährt fort. Allerdings fehlt hier die Einstellungsmöglichkeit der originalen Jumper. Die stehen immer im Sportmodus. Swinish Galactic macht seinen berühmten Rundmund. Hier, ich gebe die euch mit. Immerhin ist eure Jumpererei legendär. In Kombination mit den Kletterkartoss ist das noch nie ausprobiert worden, aber wenn es einer packt, dann er. Hierbei nimmt er den jungen Ruber gesondert ins Visier. Staunend nehmen alle drei ihre neuen Wunderdinger in Empfang. Schnell sind sie verstaut. Mit dieser Zusatzausrüstung geht's jetzt sorgleich rüber zu ihrem alten Weggefährten Wilhelm Rechtenberg. Jedem der drei ist das Abenteuer in seiner fliegenden Apotheke noch wach im Gedächtnis. Was wird sie diesmal erwarten? Kann er sie zu Eilwindel und Baden bringen? Bis zum nächsten Mal.